so herzlich willkommen leute zu einem neuen tournament tag es ist bloody battle rot ist nicht erlaubt ja dass heute ist dienstag das video wird wieder ein tag versetzt kommen also mit woch früh nehme ich an ja als tank mit broken zwei blaue alasi mit kostüm heimdall würde ich schon sagen krampus mit kostüm franzine mit kostüm ja und mein team habe ich schon dahingestellt mit dem werde ich auch spielen oh ja der wird ja man schadet dass ich mich drei gehabt wäre jetzt als ich schon dauernd wer sind da okay das machen wir anders wir spielen in so und jetzt kann ich hier durchdrehen wird sogar ein schnelles game vielleicht hoffentlich so dann habe ich noch meinen diamanten dann sind die beiden wieder mit dabei so sie für uns und senke gehen aber das sind beides rogues also schurken und die rechte seite treffig 200 prozent da franzine jetzt das kostüm hat dann ist sie auch kein schurken mehr oder machen wir auch die seite zuerst kaputt so franzine hat überlebt scheiße aber gut wenn wir auf jeden fall weg noch so dann wird jetzt auslösen gleich ich kriege leider kein grün und kein kein nichts kriege ich gerade zusammen oder da habe ich gelb gelb ja gestern habe ich einen verloren für die die das hier verfolgen und ja ich will heute nicht mehr als einen verlieren das ist das ziel so zur rechten zeit haben wir vor grad die denn jetzt wird gefährlich mit allah sie mal man das auch shit hat sie überlebt man man ist dann halt auch weg deswegen will ich jetzt nicht gelb spielen und auch nicht grün so ok aua heurika alter 1200 naja gut so sie hatte ja auch den den attack boost von xampus und 5 prozent attacke von siv was sie low life hat alter schwede das hat wehgetan ja gut hala sie ist jetzt weg ok xampus lebt noch nicht cool das war es eigentlich gg erstes game so mein nächstes match alle limit broken ich nehme keine mini maker mit wegen guanyu ähm das sind drei death downer und halt davy jones in der müde das wird nerven das wird nerven alter das kann ich euch jetzt schon sagen ein blauer diamant der mir nicht wirklich was bringt ok das damit kann man schon mal arbeiten so ein bisschen ja das gefällt mir gut nein nein ok ja ja sehr gut wäre jetzt grün nicht hochgekommen ey das wäre scheiße gewesen da war ich ein bisschen lucky aber es hätte ja gereicht wäre es nur gelb gewesen hätte es gereicht so dann schalten wir mal den weißen hasen aus der löst jetzt gerade sowieso aus beziehungsweise wir machen ihn direkt blind hat nicht gereicht war mir schon klar dafür sind meine Hände schwach ähm ja gucken wir mal ne leider nix passiert mist ey das ist zu viel blau und zu viel rot hier ja und jetzt ist natürlich morale kurz vorm auslösen also einen try habe ich hier noch grün jep grün okay so morale löst aus das machen wir so alles klar jetzt ist das problem dass cat auslöst das heißt felias wird sterben ich hoffe er wird sich wieder beleben lass mich nicht hängen Junge oh man ey mir bleibt doch nix erspart okay ich hab ein auto zähk und ich hab death down ne jetzt wird Guan Yu jetzt gleich auslösen ey alter vielleicht treffen wir ihn ich hoffe er trifft uns jetzt nicht das ist nämlich das ding scheiße Moral auch noch ey ja das ist der zweite lose ey so ein verfluchter Mist und ich kann niemanden mehr mitnehmen in den Tod ich kann das hier machen und hoffen dass er gelb hochkommt na nein alter ja gut tja muss ich so hinnehmen ja nächstes match es gibt schon verrückte sachen der Baumlimit broken alter 20 Wappen fast 2000 Leben ja ich bleib bei meinem obwohl na doch ich bleib bei meinem Team Scuddy ist dabei ich kann keine Minions mitnehmen dann hab ich ein Problem das muss so bleiben okay gelb unter Satana aber das sieht schon mal schlecht aus ich kann Lila anspielen oh man ey ja das wird eine Katastrophe jetzt haben wir was hätte auch solchen zu früher alles sein können aber naja jetzt löst nämlich gleich Satana aus und das gefällt mir gar nicht so okay Satana löst aus kann sich wiederbeleben Odin das wird nicht reichen alter ich meine ich kann es probieren aber das wird nicht reichen und jetzt hilft auch noch die ganze Gruppe gut es sind aber auch nur zwei Steine da ne ne ich mach es auf Satana komm wir riskieren es no risk no fun ey ernsthaft jetzt alt ach ja gut fuck ja Leute gut ich musste es sowieso usen aber was ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatte ist dass der Baum ja auch Attackdown macht minus 56 ne 54 minus 54% alter verdammter Mist das ist ja toll zwei Steine hier darf nicht so viel passieren ja ach komm boy oh boy oh boy der Tag ist sowas von sowas von hin ja der Baum der fast 2000 Leben hatte der hat es mir gegeben ey so Satana ist weg aber Gajama wird jetzt jemanden umbringen nein okay aber Scuddy macht den Rest hier also Scuddy wird jetzt alle hier weghauen ja da habe ich keine ne da habe ich keine Chance die wird jetzt alle treffen und alles weghauen boom boom das war's ja das ist ein Katastrophentag ei 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 und wieder lasse ich etwas stehen ey scheiße so nächstes Match ich bin schon so gut wie aus dem Turnier ach alter Leute und die letzten zwei Turniere habe ich auch noch ähm fünf Sterne Eta bekommen tja aber dieses Mal das ist ja erst der zweite Tag ich bin ja jetzt schon so gut wie raus ich glaube nicht dass sich das lohnt da irgendwie wieder mit einzusteigen aber wir wollen noch nicht die Flinte ins Korn werfen oder das Korn in die Flinte he he ähm ja ich habe kein Grün zusammen Sif löst gleich aus ich habe hier nichts an Lila das sieht nicht gut aus jetzt habe ich hier ein bisschen Lila aber auch wieder ja definitiv zu spät und selbst dann ist es auch nur eine Reihe ach man ey alles voll mit Blau und Rot und ich kann nichts davon gebrauchen ey so ein Mist und dann ist Biscardo auch noch da ne scheiße ey komm wir ballern da rein ich habe eh nichts es ist hier kein Grün vorhanden ich kann nichts machen hier so jetzt habe ich noch Beera was kann ich jetzt noch machen ich will nicht im Biscardo spielen so kann ich machen hat mir nicht wirklich geholfen Biscardo löst jetzt aus ich kann jetzt hoffen dass Grün hochkommt aber die Hoffnung ist verloren und Freya habe ich immer noch nicht ready das sieht schlecht aus sehr schlecht sieht das aus Magni wird jemanden wegschotten das steht schon mal das steht schon mal fest ne nur wenn der Hannah trifft ja so kann ich nichts machen also jetzt habe ich hier ein bisschen Grün sogar unter Magni sogar unter Magni so so okay reicht das hier eigentlich ja das muss reichen jetzt ist halt Biscardo noch da ne gegen den werde ich keine Chance haben das werde ich nicht überstehen dafür ist das Board zu miserabel einfach oder kriege ich hier die übelste Kombo jetzt ne ne alter wenn ich wenn ich das hier jetzt gewinne ey dann ne das kann ich nicht gewinnen alter der Fiend ist da und sie hat einen Auto-Attack das wird nix drei ja letzte Chance hier volle Kaskade irgendwas muss jetzt zusammenkommen da komm schon lass mich nicht hängen hier belebe dich doch einmal wieder alter ja das war schon ich kann nicht mal den letzten das letzte Match machen hier alter ja Leute ich denke das war's mit dem Turnier für diese Woche mal gucken vielleicht mache ich weiter aber ich denke eher nicht ansonsten danke fürs Zuschauen ich hoffe ihr habt mehr Glück ohne Spaß das hat mir jetzt keinen Spaß gemacht tatsächlich habt ihr ja gesehen ähm ansonsten vergesst nicht zu liken und subscriben und äh bis morgen bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020